Heute möchte ich euch gerne einmal einen Schriften-Effekt und zwar einen Eisschriften-Effekt zeigen und ich möchte euch Schritt für Schritt zeigen, wie man diesen Effekt erzeugt beziehungsweise wie man die Schrift so hinbringt, damit auch wirklich dieser Eiseffekt dann zustande kommt. Und wir beginnen, indem wir unter Datei, Datei neu gehen und ein neues Dokument anlegen unter den Vorlagen in einer Größe mit 640x480 Pixel. Der Hintergrund oder die Hintergrundfarbe spielt momentan noch keine Rolle, weil wir färben das ohne dies in unserem Eisblau ein, gehen auf Vordergrundfarbe, stellen uns ein Blau ein, so wie wir das gerne haben möchten, sagen okay, gehen auf das Füllwerkzeug und befüllen einmal diese neue Hintergrund-Ebene. Das nächste, was wir machen, wir gehen auf das Textwerkzeug, gehen unter Text, unter Schriften und suchen unsere dementsprechend ansprechende Schrift aus, die wir für diesen Text verwenden. Bei der Schrift ist es auf alle Fälle so, du solltest auf alle Fälle eine Schrift ohne Kapitelchen nehmen und zwar eher eine runde Schrift, aber vor allem eine Fettschrift, Fett oder Bold, weil wir ja einen Körper daraus formen wollen, einen 3D-Körper und zwar er sollte ja plastisch wirken nachher mit dieser Eisform und da ist es wichtig, dass das eine relativ runde Schrift ist, rund und bold. Bei der Schriftgröße sind wir mit 200 Pixel gut bedient, bei der Kantenoption gehen wir auf alle Fälle auf Kante glätten und bei der Laufweite, die stellen wir uns ein mit 15. Die Schriftfarbe, die ändern wir auf 20, 20, 20, das ist ein dunkles Grau, bestätigen das mit OK und schreiben unseren Text. Über das Ausrichtwerkzeug richten wir den Text, der jetzt momentan noch irgendwo auf der Hintergrundebene sitzt, zentral aus. Wir klicken das Ausrichtwerkzeug an, klicken dann den Text an und gehen dann auf vertikal und horizontal mittig setzen. In dem Moment ist der Text auf der Hintergrundebene ausgerichtet. Wir gehen auf der Textebene auf Auswahl aus Alpha-Kanal. In dem Moment, wo wir auf Auswahl aus Alpha-Kanal draufklicken, sehen wir, wie sich die Auswahl um diese Schrift herum aufbaut. Wir gehen jetzt auf Auswahl und Auswahl vergrößern, gehen dort auf plus 8 Pixel, bestätigen das mit OK. Jetzt sehen wir, dass die Auswahl größer geworden ist, gehen noch einmal auf Auswahl, Auswahl verzerren. Und verzerren unsere Auswahl. Wir stellen die Verteilung auf 4 ein, die Körnigkeit auf 2 und die Glättung auch auf 2. Horizontale Glättung, vertikale Glättung lassen wir aktiv, bestätigen mit OK. Und schauen uns dann einmal das Ergebnis an, was da rauskommt. So, jetzt haben wir ein unregelmäßiges, verzerrtes Auswahlbild da. Diese unregelmäßige Auswahl füllen wir mit unserer Vordergrundfarbe, mit diesem dunklen Grau, mit diesem 20-20-20 Grau. Wir gehen auf die Farbe, bestätigen das, gehen auf das Füllwerkzeug und müssen aufpassen, dass also ganze Auswahl füllen angeklickt ist, damit also wirklich auch die ganze Auswahl gefüllt wird. Klicken in die Auswahl rein und in dem Moment füllt sich die gesamte Auswahl. Jetzt geht es darum, dass wir eine Schattenebene erzeugen. Wir gehen dazu mit der rechten Maustaste auf die Schriftenebene und zwar gehen wir auf Ebene auf Bildgröße vergrößern, damit der, wenn wir jetzt einen Filter anwenden, der Filter auf die gesamte Ebene angewendet wird. Wir gehen auf Auswahl, invertieren diese Auswahl und gehen auf Filter, Licht und Schatten und Schlagschatten. Dort stellen wir den Versatz auf der X-Achse auf minus 8, auf der Y-Achse auf minus 8, den Weichzeichnerradius stellen wir auf 20, die Deckkraft lassen wir auf 60% und den Größenänderungen zulassen, den Haken, den geben wir auf alle Fälle weg, bestätigen mit OK und haben jetzt die Schattenebene als eigene Ebene ganz oben stehen, als Drop-Shadow-Ebene. Diese Drop-Shadow-Ebene aktivieren wir und mit dem Pfeil unterhalb, dem grünen Pfeil, setzen wir diese Ebene unter die Schriftenebene. Jetzt deaktivieren wir die Auswahl mit Auswahl aufheben, unter Auswahl und nichts und aktivieren die Schriftenebene. Rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal und gehen jetzt in die Kanäle-Palette. Dort erzeugen wir einen eigenen Kanal. Rechte Maustaste, neuer Kanal. Wir benennen den Kanal als Tiefen, Deckkraft mit 50% ist OK und was wir unbedingt anhaken müssen ist, aus Auswahl initialisieren. Bestätigen das Ganze mit OK und in dem Moment haben wir den Kanal mit 50% Deckkraft, der über das gesamte Bild drüber liegt. Soviel jetzt einmal zum ersten Teil dieses Ice-Effekt-Tutorials. Weiter geht's mit dem zweiten Teil.